Musik Willkommen bei Achgut Pogo, dem Bewegbild der Achse des Guten. Vor einem Jahr rief ein führender Kopf der Werbeagentur Scholz & Friends unter der Überschrift »Kein Geld für rechts« zu einem Werbeboykott gegen vermeintlich rechte Internetmedien auf. Was er dabei unter Rechtsverstand sagte, er nicht. Offenbar meinte er alles, was ihm irgendwie als Meinung oder Weltanschauung nicht passte. Denn auffällig war, dass sich seine Aktion gar nicht zuerst gegen rechtsextreme Seiten richtete, sondern gegen liberale und konsequent unideologische Publikationen wie die Achse des Guten. In Wahrheit sollte offenbar das kritische Bürgertum getroffen werden. Also ich finde, wir sind eine linke Seite. Die anderen waren bürgerlich, liberal. Wenn du so willst, rechts von uns. Gerald Hänsel, damals bei Scholz & Friends, schaffte es, Werbekunden dazu zu bewegen, die Achse des Guten zu boykottieren, um ihr die finanzielle Basis zu entziehen. Aber es geht keineswegs nur um Herrn Hänsel, sondern auch um andere, die im vergangenen Jahr Angriffe auf die Meinungsfreiheit starteten. Inzwischen musste Hänsel die Agentur verlassen und reist als Opfer vom Dienst durch die Lande. Die klassische Täter-Opfer-Umkehrung nimmt ihren Lauf. Hier jetzt eine kleine Bilanz der Vorgänge seitdem und ein großer Dank an die Leser der Achse des Guten, die mit ihrer Unterstützung und mit vielen Achse-Patenschaften dafür gesorgt haben, dass es uns trotz Boykotts immer noch gibt. Es begann als stiller, schleichender Boykott durch die Hintertür, der sich zuerst die Seiten Tichys Einblick und die Achse des Guten vornahm. Firmen und Agenturen wurde empfohlen, diese vermeintlich rechten Seiten auf ihre schwarze Liste zu setzen und von ihrer Werbung auszuschließen. Blacklisten nennen die Werber den Vorgang, mit dem den Seiten trotz stetigem Leserzuwachs der finanzielle Todesstoß versetzt werden sollte. Gerald Hänsel heiße ich nochmal, oder wie man mich momentan meistens ankündigt, der Typ von Kein Geld für Rechts. Es gibt auf jeden Fall ein Recht auf Meinungsfreiheit, ohne Zweifel. Mir wurde bei meiner Aktion Kein Geld für Rechts unterstellt, dass ich die Meinungsfreiheit beschränken möchte, was völliger Blödsinn ist. Jeder hat ein Recht auf Meinungsfreiheit und hat auch ein Recht darauf, im Rahmen der Gesetze sie zu publizieren. Es gibt allerdings kein Recht auf Werbebudgets. Und das haben manche Leute nicht verstanden. Blacklisting ist legitim. Blacklisting wurde immer gemacht. Das heißt, man braucht Listen, wo man sagt, hier wollen wir nicht schalten. Und das ist gerade in Zeiten von Programmatic Advertising entscheidend. Die Frage ist nur, wen Blacklisten wir haben. Ein Aufruf zum Werbeboykott liberaler Blogs wäre sicher kaum erfolgreich. Deshalb mussten die Werbeprofis um Gerald Hänsel ihre Angriffsziele zunächst in die rechte Ecke rücken. Dazu diente die Seite Davai Davai. Rechtsradikalen Medien den Hahn zu drehen, heißt es da, und dass die Leser der Achse des Guten neu rechte Freiheitskämpfer seien. Der einflussreiche Mitarbeiter einer einflussreichen Werbeagentur wusste genau, was er tat. Der Mann war ja Strategiedirektor oder Strategiedirektor bei Scholz & Friends und hat auch sozusagen mit diesem Fund gewuchert bei dieser ganzen Aktion. Und so jemand wird natürlich ernster genommen als irgendein Herr XY. Und Scholz & Friends hat sich ja auch erst sehr, sehr spät von dessen Tun halb distanziert. Und das war natürlich dann schon eine ziemliche Wucht, die sich dann da auch entfaltet hat. Auch natürlich, weil unsere Leser empört waren, schlicht und einfach empört waren. Man muss ja nur die Achse des Guten anschauen und sieht, dass das keine wie auch immer geartete rechte Seite ist. Das ist ein bürgerlich-liberal-konservatives wie auch immer Medium. Also ich finde, wir sind eine linke Seite, die anderen waren bürgerlich-liberal, wenn du so willst, rechts von uns. Wir bemühen uns jeden Tag eine gute, interessante, aufklärerische Seite zu machen. Und wahrscheinlich ist es genau das, was gestört hat. Der Mann hat wahrscheinlich in der Bürgerkunde gefehlt, in der Schule. Sonst hätte er wahrscheinlich schon mal was davon gehört, dass zu einer intakten Demokratie ein Spektrum an Meinungen gehört. Mitte, liberal, bürgerlich, konservativ, rechts, links, links-liberal. Weil einige muss man ausschließen, das finde ich vollkommen richtig. Ich finde, dass Leute, die für ein totalitäres System eintreten, egal von links oder von rechts, vom politischen Diskurs ausgeschlossen werden sollten. Aber was er gemacht hat, war einfach eine Form von Wichtigtuerei. Er hat also gesagt, auch Firmen und Werbetexte und Agenturen müssen sich Gedanken machen, was man jetzt gegen rechts unternehmen könnte. Gegen rechts pauschal. Naja, und dann hat er so ganz beiläufig empfohlen, man könnte sie von den Werbeetats streichen. Dann sitzt da jemand, ein Sachbearbeiter oder eine Sachbearbeiterin, die hört nur rechts und da könnte es Probleme geben. Und sperrt diese Seite einfach. Sicherheitshalber, sozusagen Vorsorgeprinzip. Man kann ja nie wissen. Es ist für die nur sozusagen ein kleiner Haken. Und schon ist man draußen. Und das Schlimme ist, man wird es nie erfahren. Man weiß es ja gar nicht. Einfaches Beispiel kann ich nennen, weil es uns zufällig bekannt wurde, der ADAC. Ich habe daraufhin sofort mit dem ADAC Kontakt aufgenommen, nachdem ich gehört habe, dass wir bei denen auf der Blacklist stehen. Dann hat sich sofort der Pressesprecher gemeldet, hat sich entschuldigt. Der hat nämlich die Seite angeschaut und kannte außerdem die handelnden Personen, also uns. Und wir waren von der Blacklist wieder runter. Aber das ist eben die große Ausnahme. Normalerweise läuft es eben ganz anders. Wir hören das nie. Wir erfahren das nie. Wir sehen nur das Ergebnis. Und das Ergebnis ist jetzt seit einem Jahr eigentlich das Gleiche, dass wir nur noch ganz wenig Werbung haben, weil wir offensichtlich systematisch stigmatisiert und gerufen, mordet worden sind. Bis Januar 2016 hatten wir relativ wenig Einnahmen, weil da hatten wir ja noch gar keine Agentur. Und dann haben wir diese Anzeigenagentur, die dann später darum gebeten hat, aus dem Vertrag wieder auszusteigen. Die haben wir gewonnen und dann gingen also unsere Anzeigenerlöse steil nach oben. Sind dann ein bisschen im Sommer, hat mir immer so ein leichtes Loch abgefallen. Und wir hatten dann einen Peak im Ende 2016. Und zwar genau zu der Zeit, wo dann diese Aktion Kein Geld für Rechts von dem guten Herrn Hänsel gestartet worden ist. Und dann kann man sehen, wie das hier steil abstürzt auf den Stand von Anfang 2016, wo wir noch gar keine Agentur hatten. Das ist auch seitdem dabei geblieben. Das eskalierte dann insofern, dass nach zwei, drei Tagen die Agentur uns sogar gebeten hat, sie aus dem Vertrag zu entlassen, weil sie auch Angst hatten, letztendlich mitstigmatisiert zu werden. Also die haben zu uns gesagt, wenn ihr eine rechte Seite wärt, dann hätten wir euch gar nicht vertreten. Und wir haben die dann einfach auch gehen lassen, weil wir denen nicht auch noch Schaden zufügen wollten. Und zwar betrachtet ich, betrachtet ein Fehler. Wir hätten uns feuern lassen sollen, so hätten wir eine Chance gehabt, Herrn Hänsel wegen Geschäftsschädigung zu verklagen. Aber weil wir, um der Agentur keinen Ärger zu machen und weil wir von Hause aus so nett und freundlich sind, haben gesagt, okay, wir treten von dem Vertrag zurück. Und an diesem Tag brachen die Werbeeinnahmen auf null zusammen. Und dann war uns klar, dass das Ganze für die Achse, für die Finanzierung der Achse, existenzbedrohliche Ausnahme, Ausmaße annimmt. Sekundiert wurde Hänsels Kampagne von der Amadeo Antonio Stiftung, beziehungsweise deren Seite Netz gegen Nazis, die die Achse des Guten mit der Feindkennung rechtspopulistischer Block versah. Die zitierten Seiten sind heute übrigens nicht mehr zugänglich. Ja, interessanterweise, praktisch gleichzeitig wurden ähnliche Stigmatisierungen auf der Seite Netz gegen Nazis verbreitet. Und dieses Netz gegen Nazis wird unterhalten von der Amadeo Antonio Stiftung. Und da wiederum ist interessant, zu diesen Sponsoren der Amadeo Antonio Stiftung zählte, bingo, Scholz and Friends. Irgendwann habe ich beschlossen, das lasse ich mir nicht bieten, dass irgend so ein Hansel dahergelaufen kommt und sagt, ich bin rechts. Was natürlich in dem Zusammenhang insinuiert, rechtsradikal, was unter den Umständen, wie sie heute herrschen, gedacht bedeutet, Nazi, das geht nicht. Also irgendwas, ich nehme ja eigentlich alles hin, mir ist auch schwule jüdischer Sau, ich würde mich auch da nicht gegen wehren. Aber in dieser Weise als rechtsgebrandmarkt zu werden, das ist Mekrassismus, das ist Hofmord. Naja, wir haben uns angemessen gewehrt, wir haben das gemacht, was wir in solchen Fällen immer tun. Und was ich nur jedem empfehlen kann, es radikal öffentlich machen. Gar nicht zu versuchen, das in eine Ecke zu kehren, radikal öffentlich machen. Ich meine, was hat er denn erwartet, der gute Herr Hänsel? Was haben denn diese ganzen Leute erwartet? Dass wir das still ertragen und uns auf den Rücken legen, wie so ein Hund in der Ergebenheitshaltung und alle vier von uns strecken. Hat er das erwartet? Das hat er erwartet. Weil das ist genau das, was Unternehmen in solchen Fällen immer tun. Die entschuldigen sich sogar für Dinge, die sie überhaupt nicht getan haben. Hauptsache, sie sind aus den Schlagzeilen raus. Das ist das, was Unternehmen tun und was diesen Unternehmen auch von PR-Beratern und auch übrigens von so Leuten wie Scholz & Frenz immer empfohlen wird. In Krisenkommunikation raus aus den Schlagzeilen. Also das ist wirklich ein Phänomen, dass diese Leute nicht gewohnt sind, dass sich jemand wehrt. Und ich muss auch sagen, ich glaube, die Tatsache, dass uns dann unsere Leser letztendlich auch finanziell zur Seite gesprungen sind, ist einerseits dem geschuldet, dass sie natürlich weiterhin die Achse lesen wollen. Aber er ist auch der Tatsache geschuldet, dass sich endlich mal einer gewährt hat. Das haben ganz viele uns geschrieben. Das führte dazu, dass Herr Hänsel, ich glaube, nach einer Woche seinen Job los war bei der Agentur. Und es gab in der Tat einen heftigen Schrittsturm. Einen heftigen Schrittsturm. Unsere Leser haben dann wirklich amok gelaufen. Das fand ich wunderbar. Ohne von uns dazu aufgefordert worden zu sein. Und in dem Fall hat so etwas wie die Gegenöffentlichkeit tatsächlich funktioniert. Und die Leser haben schon gemerkt und verstanden, worum es geht. Es ging Herrn Hänsel darum, Leute aus dem Weg zu räumen, mit denen er ein Problem hat. Ich fand es halt auch besonders schlimm, dass es eine Agentur ist, die letztendlich auch für die Bundesregierung arbeitet. Scholz & Frenz hatte sich ja gleichzeitig tatsächlich um den Etat beworben, den die Bundesregierung bzw. das Familienministerium für diese Aktion Demokratie-Leben ausgeschrieben hatte. Wo auch im Kampf gegen Rechts wiederum 100 Millionen Euro an alle möglichen Organisationen verteilt werden sollten und wurden. und Scholz & Frenz hat sich sozusagen dafür beworben, das als Agentur werblich und PR-mäßig und so weiter zu betreuen. Du hast bei Scholz & Frenz gearbeitet. Das ist eine sehr große Werbeagentur, die viele große Kunden, Deutsche Bahn zum Beispiel, viele andere große Konzerne, die da Werbung, mit dieser Firma Werbung gemacht haben. Wie ist der Kontakt zu den Kollegen von früher? Gibt es den noch? Oder sagen die jetzt, der Gerald ist jetzt politisch geworden, ist nicht so gut für unser Geschäft? Nein, ganz im Gegenteil. Also was heißt ganz im Gegenteil? Wir sind immer noch Freunde. Dort, wo Freunde waren, dort, wo keine Freunde sind, sind auch keine Freunde mehr. Scholz war immer eine politische Agentur. Ein komplexes Thema wieder mal. Aber nee, man ist lose verbandelt. Das Irre an dieser Geschichte ist, dass dieser Bursche, kaum hat es getan, was er getan hat, anfing seine Hände in Unschuld zu waschen. Und zwar nicht nur seine Hände, seine Füße, seinen ganzen Körper. Er steckte bis zur Nasenspitze in der Unschuld. Wer meinen Namen googelt, findet heute noch eine große Bandbreite an Fake-Accounts von mir über mich. Da wurden Tweets von mir nachgeschrieben und nachgestellt, gephotoshoppt. Wenn jemand sozusagen seine komplette digitale Historie löscht, dann spricht das doch für ein gewisses Schuldbewusstsein. Oder zumindest dafür, dass er nicht möchte, dass diese Dinge dokumentiert sind, die er behauptet hat. Und seine Aussagen, seine Seiten. All diese Dinge sind ja systematisch, also mit großer Akribie. Da merkt man auch, dass der Mann was vom Geschäft versteht. Gelöscht, geblockt, hinter irgendwelchen Wänden verborgen. Das heißt, er hat eigentlich seine gesamte digitale Geschichte vor diesem Vorfall oder bis zu diesem Vorfall gelöscht. Das spricht für sich selbst. Das spricht absolut für sich selbst. Der Mann hat Dreck anstecken und er weiß es. Er ist dafür verantwortlich, dass uns die Einnahmen weggebrochen sind, was uns normalerweise unter normalen Umständen einfach fertig gemacht hätte. Aber weil viele Leser an Patenschaften übernommen haben, könnte man beinahe sagen, dieser kleine Lump war der Glücksfall für uns. Er hat uns so viele Patenschaften zugetrieben aus Solidarität, aber es war nicht seine Absicht. Das hat er nicht intendiert gehabt. Seine Absicht war einfach zu vernichten, aber das hat nicht ganz geklappt. Diese Diskussion wurde dankbar von ein paar konservativen Verlegern aufgegriffen und einigen Gruppierungen aus dem Netz, die bis ins Rechtsradikale reingingen und die mich zwei Wochen lang mit dem Ziel, mich aus dem Job zu bringen, digital hetzten, im Prinzip durch die deutsche Medienlandschaft. Ich hatte am Ende ein paar Dutzend Morddrohungen und einige tausend Beschimpfungen. Ich hatte da noch gesagt, wir hätten die faschistischen Kettenhunde auf ihn gehetzt, auf den armen Kerl. Also, da haben sich sämtliche Relationen verschoben bei dem Mann. Ich weiß nicht, das ist ja schon Verfolgungswahn. Und ich kann nur sagen, ich habe viele dieser Posts gelesen, es kann sich nicht jeder gleich gut ausdrücken und es ist sicherlich auch mal einer dabei, der einen beschimpft. Aber das ist nun mal in Medien wirklich unser täglich Brot. Wie werde ich denn beschimpft? Wie viele Drogen habe ich denn bekommen? So werde ich die jedes Mal an die Glocke hängen wollte, da hätte ich aber viel zu tun. Aber hier ist es natürlich ganz anders bei diesen Sensibelchen, die einfach wunderbar austeilen können, aber gar nichts einstecken können. Da fangen sie an zu heulen, die Jungs. Also peinlich, peinlich, peinlich. So, nach zwei Wochen habe ich festgestellt, das ist ein Kampf, den kann man in der Größenordnung als Individuum nicht mehr gewinnen, weil mein Arbeitgeber zu dem Zeitpunkt auch sehr stark in der Werbeagentur in Berlin selbst angegriffen wurde von rechten Kreisen. Bin ausgestiegen, habe mir irgendwie das Weihnachtsfest gegönnt und habe danach einen Verein gegründet, der Fearless Democracy heißt und der sehr stark sich mit der Frage beschäftigt, was ist denn eigentlich da draußen los? Also was sind diese neue rechten Umtriebe? Kann ich jetzt an der Stelle ein Geständnis ablegen? Also es ist so, dass wir Gerald Hensel seit Jahren schon im Visier haben. Eigentlich schon seit Kriegsende. Wir wollten ihn immer an die Wäsche. Wir haben ihn verfolgt, wir haben genau gesehen, wo er ist, was er macht. Wir haben nur auf die Gelegenheit gewartet, zuzuschlagen. Und dann kam die Gelegenheit. Und dann haben wir ihn erlegt. Weil Gerald Hensel war für uns immer der Inbegriff des hässlichen Deutschen. Und wir haben ihn extra ausgesucht, aus Mangel an anderen hässlichen Deutschen, weißt du. Deswegen musste er an die erste, an die Pole Position nachrücken. Da hat sie nicht alle. Da hat sie einfach nicht alle. Die Geistesverwandten von Herrn Hensel haben ihn nicht im Stich gelassen. Insbesondere die in den Medien. Aber auch die in diesem ganzen Umfeld, was sich sozusagen zur Aufgabe gemacht hat, die Meinung in Deutschland zu säubern. Und da ist Herr Hensel mittlerweile fest am Podium angeschraubt bei diesen Veranstaltungen. Also vor dem kann man sich ja gar nicht retten. Es sind recht vielseitige Anlässe, zu denen Hensel redet. Mal dort, wo man es erwartet. Und mal auf Einladung des Deutschen Reiseverkehrsverbandes im Luxushotel in den Emiraten. Wie jetzt im Dezember. Und in den Emiraten, bekanntlich dem Weltzentrum der Liberalität, der Meinungsfreiheit, der Pressefreiheit, der Menschenrechte. In den Emiraten erzählte den Leuten was über den Kampf gegen rechts. Ja? Wollen wir als nächstes in einen Hamburger Puff gehen und einen Vortrag halten über den hohen Wert der Unschuld? Die Meinungsfreiheit ist nichts, was dir geschenkt wird, was dir dauerhaft geschenkt wird und wo du dich einfach bedienen kannst. Das muss eigentlich täglich erkämpft werden. Und insofern haben uns Herr Maas und Herr Hensel und ein paar andere bei Triebsnudeln, der Schaftelhuberei, viel Stoff gegeben. Und die haben bis jetzt nicht gewonnen. Und sie werden auch nicht gewinnen. Aber man muss natürlich dranbleiben. Das war diese Ausgabe von Ach gut, Pogo. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Am besten, Sie abonnieren unseren YouTube-Kanal. Und gerade nach dieser Ausgabe passt es besonders. Förderer sind uns jederzeit willkommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017